ARD Text im Auftrag von Funk Junge, alle down, alle down Ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht, Hedy Nein, 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 push, 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 push Ja, push, let's go, let's go Leon, guck mal, was ich neu hab Oh, du kannst doch nicht mit deinem Kopf da reinrennen in den Presslufthammer Ich sag, guck mal hier und der rennt mit dem Gesicht da rein Boah, ist das scheiße, Jo Was ist das für ein Parcours hier? Leonard wollte mal ne Base rein Er ist gebaut Leonard wollte mal selber bauen Glock doch nicht Was ist das denn hier? Was, das ist ein Jump'n'Run am Ende So ne Mario Wand Kennst du den Code? Ne, aber ich geh einfach oben rein Bin drin Hey, Leute Ich hab ihn getroffen? Ich geh mal kacken Ich hab ihn mit dir Oh, ich bin oder? Ich bin ja, ich bin ja Ich bin ja, ich bin ja Ich bin so doll erschrocken gerade. Ich bin so doll erschrocken. Die hat mich erst angeläumt. Nein, nein, nein. Du brauchst nur eine Green Card und nicht zwei, oder? Ja, ist egal. Mein Gott. Leute? Ich bin so doll erschrocken, ich bin so doll erschrocken, ich bin so doll erschrocken. Ich bin so doll erschrocken. Ich kann nicht. Oh. Wer hat mich abgeschossen jetzt? Ich wollte eigentlich sie töten, dass sie die Schnauze hielt. Äh, scheiße, ich hab das Pferd in Hedgehog gegeben. Das war aus Versehen. Ja, das war aus Versehen, ja, sorry. Also, die haben ja unsere Base mit einer Granate da zerstört. Ah, ja. Wie ist das? Max, was machst du? Ja, ich schieß jetzt auch mal. So, jetzt ist Schluss. Was? Ey! 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 Kann man diese Kaktinen essen? Au! 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 assung. Was... Ich weiß immer mal hier lang, was, genau, einfach mal hier lange, was passiert. ich biete einen ausnüchterungssprint an das hört sich gut an gewisses bis da oben und wieder zurück ok weiter mit den tipptunnel danny el bandito muchacho kennst du das denn ich sag dir el bandito irgendwas ja moin was war da los gefällt mir sowas ihres hab ich noch nie gesehen das wieder am start sagt guten tag an diesem abend ist mager quark 500g oh ja meine ansicht ist in einem pvp game ist es normal dass man mad ist wenn du nicht mad bist und rage quittest dann kannst du im grunde wahrscheinlich auch zu 99 prozent kaum spaß haben in dem game genauso wie ich tilt war habe ich mich auch gefreut hallo du hast ja eine fläche sturm maske auf aber das ist auch das einzige was ich habe du bist aber schon loll hallo oh martha du hörst mir jetzt zu nein du hörst mir zu ich will dich jetzt sofort töten der server lief weiter ja alle pflanzen sind tot sieben stunden habe ich dafür gespielt wieso lief der weiter ja ich hab der ist krass der kann auch super gitarre spielen oh so habt ihr zwei gitarren hallo da hörst du es jetzt kommt es du bist krass oje minee hallo edo p die grüße gehen raus weil du bist krass ojeje 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 guck mal soll ich hier ne bärenfalle vor den briefkasten legen nein nein Turi nein weil mein name da draufsteht das machst du nicht nein 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 bitte nein wenn du das machst dann gibt es richtig ärger Alter, das hast du nicht gemacht Aua Ja, was denkst du denn? Was denkst du? Denkst du das? Mann, du hast... Nee, aber ich dachte, ich bin da gar nicht reingelaufen Du bist straight drüber Kapuze weint rum, weil wir Jen getötet haben Hä, der ist selber schuld Die hätten einfach den Stuff nicht klauen sollen Ja, aber das sieht Kapuze nicht so Ja, dann können wir auch noch killen Ganz einfach Ach, du bist der Nette von uns